Willkommen zurück zu Let's Play South Park. Stab der Wahrheit. Liebe Grüße an die Anni, die mich darum gebeten hat, sie doch einfach mal in einem meiner Let's Plays zu grüßen. Und ja, damit getan. Und ja, es geht direkt los. Da oben haben wir Craig, der auf uns wartet. Los, raus hier. Wir haben den Baden besiegt. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Für die Elfkirche! Ach, nö. Darauf habe ich keinen Bock. Ja, egal. Was ist denn los hier? F. Versuchen wir mal einen Drossenschrei. Ach ja, klar. Ich muss das D drücken. Nö, will nicht. Dann wollen wir mal schauen. Fan kann es auch nicht. Ah, da oben. Einen haben wir weg. So. Und jetzt habe ich euch auch im Tor geht. Ihr seid also sehr dermaßen ge... Und ja, ich würd' mir sorgen. Erstmal natürlich übliches Spiel. Knochenbrecher. BAM! Das war's mit deiner Verteidigung. Du Ola Puscher. So, er kann diesmal auch ne Fertigkeit machen. Und zwar nimmt er diesmal die Blitzfertigkeit. Fieße das Drossenschrei! BAM! Was ordentlich reinwirkt. Auf Gegner, die am Boden liegen, soll man nicht treten. Der hat's verdient. Oh, Mist. Und ich hab's voll verkackt. Na gut, okay, okay. Dann hier. Nimm mal nochmal einen Angriff mit. Ja, wie zu spät. Sonderelfen, Angriff erhöht. Uncool. Du hast einen Angriff, sagst du. Rüstung mal zwei. Und Reflektion. Ey. Hör auf, Butters zu verprügeln. Kleiner Pizzer. Wähle deine Waffe Blink-Blah oder Blah. Klick mir da rechten, um anzugreifen. oder weh, um zu furzen. Das klingt ja cool. Hä? Ich hab's doch gemacht. So eine kleine Sau. Wie zu früh. Entweder zu früh oder zu spät. So. Neu. Das gibt's ja wohl nicht. So. Ich hab's doch ge... So. Kack hier. Okay, dafür friert sich mein... Typ hier gerade echt den Arsch ab. Me egal, ob zu früh oder zu spät. Atas geht's nicht so gut. Heilwirkung, wir gucken. Ja, ja, alles ist gut. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Fertigkeiten bringt nichts. Ich hab's doch noch mal. Nein. Schon wieder zu früh. Das war's. Helle Bade. Wenn deine Waffe blinkt. Weiße oder grün. Klicke mit der linken Maustaste, um anzugreifen. Mit der rechten Maustaste für einen Machtangriff. Oder drücke F, um zu furzen. Äh, ich muss jetzt F drücken, um zu furzen. Cool. Das ist natürlich schon ziemlich episch gewesen. Das nicht. Niemand mag mich. Ach, schon wieder. Na gut. Bam. Schon fett? Ist Butter das jetzt immer noch K.O.? Erstmal hier ein bisschen ausräumen. Hier auch nochmal. Zack. Ich nehme alles mit, was ich mitnehmen kann. Ob Geld, ob Macht oder sonst irgendwas. Na gut. Bringt nichts. Deine Waffe ist der K.O. Mein Herr. Dann mal los. Ich bin nicht tot. Du kannst mich noch nicht lösen. Er liegt am Boden. Ich bin nicht tot. Du kannst mich noch nicht lösen. Ist mir jetzt so egal. So. Ich habe meine Drehungen von mir. Ah, vor Ort, vor Ort. Steh auf, du fettes Stück. Das klingt, wie es tut. Ich bin nicht tot. Du kannst mich noch nicht lösen. Hm. Ich bin nicht tot, du kannst mich noch nicht lösen. Bleib doch liegen, du scheiß Olla. Deine Waffe ist das, mein Herr. Du bist tot. Ach ja, alles klar. Jetzt habe ich es. Ich sehe jetzt diesen Pfeil hier gerade erst. Ja, Herr. Aber das. Ja, da geht's, Junge. Seine Waffe waren zu stark. Der Bade. Er ist in einer der Räume. Sie haben Prinzessin Kini. Sie haben sie nach oben genommen. Ich bin sicher, dass sie sie verraten. Sie lassen sie nicht verraten, Prinzessin Kini. Näh. Gut. Begib dich zum zweiten Stock der Taverne. Der Bade ist fertig. Geh das neue Kind, während ich nach oben komme und mit dem King der Helden mache. Wir müssen uns in einer wirklich weinen Online-Review geben, nachdem wir alle nicht töten können. Use deine Magik auf der dritten Tür, Jusbacke. So, Furzgranate. So, Furzgranate. Bäm. Okay, die Tür ist offen. Erstmal luken wir diesen Typen hier. Und jetzt, zack. Bäm. Hier, schluck die. Gucken wir mal, ob es funktioniert hat. Irgendeiner davon muss schon zierisch im Eimer sein. Was ist mit dem hier? Was bist du denn für ein Junkie, Alter? Okay, was das zusammenbrennt. So. Dafür sollst du... ...sterben. Oha. Oha. Das gefällt mir überhaupt nicht mit diesem Typen hier. Können wir nicht irgendwie... Hm. Okay, damit können wir nichts machen. Dann machen wir es einfach auf. Ja gut, 90 Schaden sind schon ordentlich. Was denn gehört? Na gut. Ha. Dafür geht es ihm gut. Oh. Nein, 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 nein. Das Vieh konzentriert sich hier. Dann will ich doch mal schauen, was ich mit ihm machen kann. Null. Was? Da kann er nichts machen. Da kann er auch nichts machen. Juhu. Na toll. Ist ja wieder klar, dass Badass verprügelt wird. Probieren wir es. Na, geht ja gar nicht. Reicht nicht aus. Wir machen es immer noch, richtig? Komm, probieren wir es einfach damit nochmal. Hopp. Bringt überhaupt nichts. Nein, Mann. Mann, ich block doch, du olles Drecksvieh. Äh. Komm, wir versuchen es mal mit einem Machtangriff. Du verprügst das. Ja, das waren schöne Treffer. Äh. Mann, oh. Okay, Gegenstände. Wiederbelebungstrank. Ja, komm. Auf Badass. Und so, Badass lebt wieder. Wegen so etwas. Normale Angriffe haben gegen ihn echt gut gezogen. Wegen, dass ich mir das hier so angucke. Das war knapp. Ich habe dich. Ich habe dich zurück. So, heilende Berührung. Ich habe dich zurück, du. Ach, schön. Das macht nochmal ein bisschen mehr raus. Wer ist der Battelle? Und. Ah. Er konzentriert sich wieder. Aber vielleicht ein letztes Mal. Na ja, so, ein vorletztes Mal. Angriff ist erhöht. Das war uncool. Eine Berührung wieder auf unseren Helden. Jawoll. Und, was können wir mit ihm noch machen? Na gut, er geht jetzt sowieso wieder drauf, glaube ich. Ja. Mit einem Schaden kannst du nichts machen. Reinigender Zorn. Alle Debuffs entfernt wieder mal. Du bist so tot, Kollege. Du bist so tot. Ich werde dich so dermaßen in deinen kleinen Popo. So. Mist. Oh nein. Ja. Sehr schön. Gut abgewehrt. Und jetzt schluck den. Hallo? Hallo? Na gut. Zumindest abgewehrt. Wo ist der König? Er ist da oben. Er hat schlecht gebraucht. Gut, dass meine Mediziner-Skampel sind plus vier. Wir werden den Zorn wiederholen. Ihr seid nach oben. Ich weiß, dass du die meisten aus dem Spiel bekommst, aber unser Freund ist gebraucht. Vielleicht sollte man einen Doktor sehen. Um hier irgendwie noch ein bisschen mehr Schaden auszuteilen oder so. Ich weiß es nicht. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen in meinem Inventar, in meiner Ausrüstung, ob ich hier irgendwas Neues habe. Was habe ich denn hier? Eine Waffe. Waffe für Stufe 4. Keule der Heilung. Badum. Ja, die nehme ich, weil die cool ist. Was habe ich denn hier Schönes? F-Shot-Kurzbogen macht dreimal 20 Schaden oder einmal 52 Schaden. Abprallen trifft ein zufälliges Ziel, trifft für zusätzlichen Schaden stark gegen Rüstung. Ne, ich bleibe dann bei dem hier. Die Dudu-Dingens ist blöd, die nehme ich nicht. Du hältst einen Magiepunkt. Ach ne, Machtpunkt, wenn du geheilt wirst. Das ist doof. Eigentlich auch nicht. Mal gucken, was wir hier noch haben. Schönes. Klosterbruder. Heilfähigkeiten stellen TP wieder her. Hoppla. Hoppla. Das war jetzt uncool. So. Ähm. Ja, Klosterhandschuhe. Fähigkeit. Stellen TP wieder her. Du hältst 25 zusätzliche TP beim Heilen. Kommt der hier. Begrüßung zu. Ein perfekter Angriff. Schwächte Schilde um zwei. Ne, das finde ich natürlich wieder cooler. Wollen wir uns noch irgendwas, was wir auswählen können? Nein. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier oben noch finden. Nö. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Let's play. South Park starb der Wahrheit. Bis denn. See you then. Ciao.